So, willkommen zurück. Kannst du noch kurz die Aufnahme stoppen, weil das laggt einfach übertrieben ab. Zu spät, ist gerade zu spät. Das tut mir jetzt gerade leid für dich. Verdammt. Eigentlich nicht, aber naja. Ich hasse dich auch. Guck doch mal, wie viele Dinger da jetzt runterkommen. Ist doch voll uncool. Ich kann nicht gucken, weil es laggt. Tja, dann mach die Augen auf. Digga Mensch. Jaaaa. Ey, Alter. Ich komm nicht vorbei. Ey, komm doch. Wir spielen jetzt zusammen. Dann sehen wir ja, wie hier der Imbiss ist. Das ist das Spiel jetzt so schlimmer als Silent Hill. Damit krieg ich noch nen Herzinfarkt. Ein Glück, dass ich Medizin studieren will. Da kann ich dir vielleicht sogar helfen. Das find ich super. Das find ich sehr gut von dir. Ja, das sollten wir wirklich mal in Angriff nehmen. Doktor Tess. Dem arzt den Frauenvertrauen. Jaaaa. Ey, was war das denn, was da gerade Aua getan hat? Ja, cool. Ja, cool. Riesenstange. Herr Tess. Hä, was? Ich hab das kleine Ding runtergekickt. Ich hab ihm wehgetan. Du musst jetzt erste Hilfe machen. Nee. Ich? Ich lass mich dafür bezahlen. Ich bin wie Doktor Haus. Was? Oh, Doktor Haus. Der Typ ist erotisch, wenn er ein Arschloch ist. Ja. Ja. Genau wie ich. Äh. Das kann ich jetzt nicht so einschätzen. Also weder ob du ein Arschloch bist, noch ob du erotisch bist. Keine Ahnung. Ich will mir darüber jetzt mal kein Urteil erlauben. Oh Gott. Boah, ich hab grad das epischste Standbild in einer Skype-Konfi überhaupt. Tut mir leid. Bei mir ist das Ding noch bei 110 Sekunden. Was ist bei dir bei 110 Sekunden? Das Spiel. Oben links steht auch die Sekundenzahl. Bei mir ist es bei 110. Aha. Da bleibt's auch hängen. Schön wär's. Obwohl jetzt geht's. Es fängt an zu... Ja, es läuft. Ja, es läuft. Ja, ja. Oh mein Gott. Ich kann etwas sehen. Ja. Ja. Du bist doch nicht blind. Ha. Mann. Ich bin so bescheuert. Ey. Dumme Kuh. Was ist das? Mann. Das wär so süß. Was hat denn für ein Viech? Das war so ein kleines Bumsbumsch. Ja. Ja. Du musst dich auf den Kopf hüpfen, damit's Aua hatte. Ja, nee. Aber was war das für ein komisches Geist-ähnliches Ding? Haja. Das hat das Dings-Dings da hingebracht. Das war das Taxi. Ach so. Okay. Haja. Denkst du, kleine böse Monster brauchen kein Taxi? Ähm. Ich kenn mich da nicht so aus. Toll. Hauptsache Zombies, ne? Na, ich spiel keine Horrorschute. Lass mich. Tust du wohl. Na ja, Killing Floor. Lüg meinen Abonnenten nicht voll. Ach, Haschel. Tut mir leid, Abonnenten. Er spielt vieler Spiele. Aber keine Horrorschute. Doch, Killing Floor. Oh, Killing Floor. Ah. Gott, oh Gott. Boah, das war knapp. Ja. Allerdings. Ja. Sternchen. Was? Sternchen. 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 Deine Zeit ist abgelaufen. Oh nein. Deine Zeit ist abgelaufen. Sternchen. Juhu. Böckchen. Böckchen. Ja. Bisschen blau. Und süß. Und blau. Alter, ich boxt. Ich boxt deine Böckchen in die Börse. Ich boxt dich gleich mal, Alter Digger. Ich glaub's hackt bei dir halt da. Okay. Alter, ich komm gleich vorbei und dann sehen, wie welcher Englisch ist, ne? Es hat Mimimimimi gemacht. Jetzt kommt der ultimative Level Bonus des Todes! Das fürcht ich halt auch. Aber das macht nix. Aber da spiegelt's voll entspannt. Ja, find ich auch. Oh, guck mal, wie viele Teile das sind, ey. Das wird ein übelharter Level-Bonus. Mach mir keine Angst. Du wirst sterben! Aber irgendwie fallen die in die richtigen Formen. Das ist lame. Es ist entspannt. Ja. Irgendwie müsste das viel schwerer sein und so. Du, das Spiel ist noch nicht vorbei. Wie vorbei? Es ist noch nicht vorbei. Ach so, ich hab verstanden, das Spiel ist jetzt vorbei. Naja, okay. Nix perfect round, hier. Na und? Hast du noch einen versemmelt? Na und? Pst, sag's keinem, vielleicht hat's keiner gesehen. Ja, die gucken sich doch jedes Video von dir 20 Mal an. Dann fällt es halt beim 21. Mal erst auf. Ja, und jetzt, wie ich's gesagt habe, beim ersten Mal. Bin ich nicht total infomotiv? Toll. Ja. Es ist nicht süß. Sag, guck mal, was das süß ist. Von mir aus. The greatest meteor, love, is heading your way. Jetzt krieg ich auch noch ein Herzchen. Gibt's das Spiel auch in hetero? Oh, das... Ey. Hör auf, Mann, das ist voll süß. Ey, guck mal, da fallen Herzchen durch komische Zuckergussformen, die im Himmel fliegen. Ja, das wird doch süß. Ja. Ah! Oh, nein. Loll. Hast du mich gerade ausgelollt? Loll, loll, loll. Na, na, na. Loll, loll. Ich wandaliere sonst YouTube. Nee. Okay, den hab ich vom Ibu geklaut, aber macht ja nix. Jo, eigentlich schon. Psst, heißt keiner. Doch, jetzt schon. Quatsch, die haben das nicht gehört. Ach so. Und warum flüstern wir? Ich weiß nicht. Okay. Herzen. Herzen. Leute, wenn ihr ne gute psychiatrische Anstalt kennt, schickt Lin den Link. Lin? Du kannst über meinen Namen aussprechen. Sei still, Lin. Sei still, Lin. Ah! 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 Mann. Mann. Haha. Das kommt davon, wenn du mich anschreist. Du kannst meinen Namen nicht aussprechen, du Sack. Sei still, Lin. Alter, pass. Du kannst meinen auch nicht aussprechen, das heißt Tass. Ich weiß, wie das heißt, aber du kannst meinen nicht aussprechen, deswegen kann ich jetzt deinen jetzt auch nicht mehr aussprechen. Du hast dich schon früher aber nicht aussprechen können. Ihr könnt euch vielleicht alle das Video angucken und sie sagt Tass zu mir die ganze Zeit. Gar nicht. Leute, der lügt. Ihr seid meine. Egal. Ja, ja. Tass! Lin! Machst du dir eigentlich auch mit meinem vorbereiteten 1000-Abo-Special mit? Boah, weiß ich gar nicht. Ja, von mir aus keine. Gut, dann musst du einfach nur... Ach, was erzählst du dann? Haha. Für die hätte ich es gerne gehabt. Wer würde nicht geblieben. Ja, genau. Wenn ich Abos ein bisschen verraten hätte. Ja, deine Abonnenten sind ganz schlaue Fütze. Tja. Unglaublich. Natürlich, was erwartest du? Das sind ja auch meine. Natürlich. Ich will dir ja auch keiner wegnehmen, außer mir. Ja, richtig. Ich bin aber meine. Die sind zu schlau für dich. Oh, wei. Oh, nein. Jetzt habe ich ihn zu den Beinen gebracht. Nein. Hey, wenn ich so tue, als würde ich weinen, fang meine Augen ganz zu trennen. Wie awesome ist das denn? Awesome. Awesome, Creed. Ja, Sternchen. 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 Ja, was ist immer noch zu sagen? Merlin ist halt ein Star. Oh Gott. Was war das denn? Ich habe einen Hexer. Oha. Der müsste doch aus seinen Livestreams gewöhnt sein. Aus Mibus oder was? Ja, genau. Da musst du dich auch irgendwie komischerweise mal hexen. Hammer. Ich habe den Mibus noch nicht so lange geguckt. Also, ich glaube, seit ich ihn geguckt habe, gab es noch nicht. So drei Livestreams mit dir. Und dann war ich selber in der Konfi. Ist mir auch egal. So. Bums. Bums. Mano. Okay. Bums. 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 Ja. 180 Punkte. Punkte, 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 Punkte. Kleine GmbH. Oh, der Flasht-Folder-Spiel. Ohne Scherz, man. Ohne. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Hey. Ich will mir gerade, wo wir in das Spiel vorkommen müssen, wenn man bekippt ist. Ohne Farben, ganz viele bunte Farben. Scheiße, Alter, Herzen. Oh, Alter. Wie er sich freut. Wie. Wie. Erzählst nicht weiter, aber die Dreiecke wollen mich umbringen. Echt? Okay, ich werde dir mein Messer leihen. Okay. Moment, Mist, nee, jetzt bist du gewarnt. Ja. Ich werde dir das nicht leihen. Du musst dir keine Sorgen machen. Ja, genau. Huh, Herziiis. 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 Herziis. Ich will ja nichts sagen, mein echtes Mensch, ich sehe jetzt ihn anders aus. Pst. Das hier ist aber pink und süß und herzlich. Und ich bin nicht so herzlich, ob die alle frisst. Ja, genau. Ist das eigentlich sehr doofit sein? Ist das geil? Ach, egal. Das ist ja nicht eins zu eins verraten. Stimmt, da fehlt noch ein Herz. Ich glaube, das ist eigentlich der Spruch, der mich damals gerettet hat und ich konnte in der Konfi bleiben, deswegen. Was? Lin, ich schmeck nicht. Was? Lin, ich schmeck nicht. Schreil ich nicht. Damals, als ich zum ersten Mal in der Konfi war, in der intelligenten Konfi, habe ich ja gesagt, Lin, ich schmeck gar nicht. Das nicht. Ich glaube, das war der Spruch, der dafür gesagt hat, dass ich in der Konfi bleibe. Boah, da kommt dieser verekelhaftete Scheiß-Schmetterling an. Oh, wie hoch denn noch? Alter, Schmetterling ist gut jetzt. Nein! Übertreibst du Sack. Ja, genau. Dummer Schmetterpuh. Boah, übel. Boah, er hat das jetzt bis unter das Dach gehauen, das Tal. Ich sag's ja, dofer Schmetterpuh. So ein Schmetterpuh. Den puke ich weg. Nein, das ist ein Schmetterpuh. Das ist ja die versüßigste Form von Schmetterling. Okay. Schmetterpuh. Efferlums und Wusel. Bamm. Voll auf die Dreiecke. Nein, Vierecke. Oh Gott. Lassen wir das mit den geometrischen Formen. Okay. Oh, da kommt wieder... Oh, was zur Hölle? Was ist das denn für einer? Hat der irgendwie keine Hobbys oder sowas? Nee, der hat keine Freunde. Der ist traurig. Ja, dann glaube ich dir. Alter. Der klaut seinen Freunden immer die Dreiecke und die geometrischen Formen. Das schreibt er wohl auf seine Datingseite. Hobbys Dreiecke in die Luft fliegen. Bestimmt. Der ist bestimmt im Knobels. Ist ja geil. Ist ja geil. Triffst du bestimmt bei ihrem VU irgendwann. Ey, nix gegen ihrem VU, Digga. Ey, Digga, was? Ach, das Leben ist bunt. Und herzlich. Und rosa. Und herzlich. Das Leben ist eine Aneinanderreihung von Dingen, die man lieber nicht tun würde. Stimmt. Ich musste mal schon morgen früh aufstehen und in die Schule gehen. Hab ich eigentlich keine Lust. Nein, nicht morgen. Mein erster Schultag nach den Ferien. Ich hab meine Sternchen kaputt gemacht. Meins ist schlimmer. Nein. Ah, was hat das denn? Oh Gott. Was machst du da? Ich weiß nicht. Ey Leute, schreibt alle in die Kommentare, Lynn failed. Nein, tut's nicht. Los, tu das. Tut das nicht. Tut es. Das stinkt. Ich meine, meinen Namen kannst du aussprechen, Lynn. Kann ich wohl, aber du hast mich geärgert. Ist doch mein gutes Recht. Nö. Oh, guck mal. Der böse Schmetterling. Ey, was will dieser Sack eigentlich? Hau den doch mal. Ja, hab ich vor. Ey, wenn ich zuhaude, dann hörst du das nur so knallen. Dann klatscht es, aber kein Weifall. Äh, hörst du das nur so klatschen? Äh, das ist irgendwie voll zweideutig. Oh, ey, nicht mal ich hab dann was du heute gesagt hast. Wie versorgt bist du denn? Übel. Das hab ich nie angezweifelt. Ich bin der versorgteste Typ, den ich kenne. Und du stichst mich eiskalt aus. Ja, scheint so. Übel. Wetten, der Schmetterling klaut mir jetzt noch meine Herz. Siehste, ich sag's doch. Irgendwie zieht sich das Level gerade nur in die Länge und ist überhaupt nicht spannend oder so. Nee, echt nicht. Los, kleine Herzchen-Trops. Ach, es ist so knibbelkubbelkuffelig. Oha. Jetzt werden die Dreiecke auch noch wieder hochgetragen. Wett mal. Nee, da hab ich zu viele von, hoff ich. Ähm, was genau so viele Dreiecke, wie du deine Herzchen gehaft hattest. Guck mal, da kommt er. Ja, ich hatte recht. Ja. Dummer, blöder Schmetterling. Fühl dich angeknurrt. Was war das? Ah, ich will's nicht. Fühl dich angeknurrt. Awesome. Ah, ja. Ja. Jetzt müssen wir noch die Herzchen. Die Herzchen. Die Herzloppen. Herzliche Mission. Uh. Ja. Hui. Hui. Und jetzt da rein, da ins Loch. Ja. Wuhu. Suck. Aha. Aha, 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 aha. Wenn ich so auf meine Ruhe gucke, war es das eigentlich auch schon wieder. So, ich halte jetzt hier auf und du sagst jetzt Tschüss. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.